ja tatsächlich nicht im space denn wir haben ein technisches thema vor uns und darauf erst mal einen schluck kaffee ja und bei dem technischen thema geht es wie ihr schon anhand des videotitels sehen konntet um streaming und vielmehr um die streaming software und konfiguration ich werde euch jetzt nicht verschiedene programme vorstellen es wird auch kein basis tutorial für obs sein ich werde euch also hier nicht erklären wie man irgendwelche overlays erstellt und wie man szenen anlegt und so weiter dafür gibt es zigtausend tutorials auch die ein oder andere tutorials und hinweise im netz wie man obs konfiguriert meiner meinung nach fehlen aber die detailhinweise also wirklich weiterführende informationen da muss man sehr viel tiefer buddeln viel im netz suchen ihr wisst ich mache hauptsächlich videos stream aber auch und in der zeit wo ich gestreamt habe und immer noch streame sowohl bei twitch als auch jetzt eben seit einigen monaten bei youtube gestreamt da habe ich einiges an erfahrungen sammeln können auch mit verschiedenen systemen ich habe zum beispiel auch dinge wie restream.io ausprobiert und so weiter und ja da kam einiges zusammen jetzt ist es so ich hatte in letzter zeit ziemlich viele probleme beim streamen und immer mal wieder abbrüche und solche dinge diese probleme beziehungsweise einige davon die sind sehr speziell und die hängen mit bestimmten dingen zusammen zum beispiel dieser blöden xbox app von windows 10 die dann im hintergrund mit game dvr so nennt sich das ganze einfach aufnahmen eures spiels macht völlig unabhängig davon ob ihr auch aufnahme software nutzt das heißt ihr wart dann das ähnlich wie bei nvidia shadowplay ihr seid dann im spiel das game dvr nimmt im hintergrund auf und zwar immer paar minuten in dem puffer und ihr wollt dabei streamen oder selber aufnahmen machen und dann fängt es plötzlich an zu laggen oder es ruckelt oder es kommt zu abbrüchen weil die programme sich gegenseitig in die quere kommen und abstürzen und so weiter das ist ganz ganz übel aber all diese spezifischen problemfälle die will ich gar nicht durchgehen die werde ich entsprechend dem vorschlag des users devtors parallel in einem blog artikel veröffentlichen auf meiner website angrybot.fail ihr findet einen link zu dem artikel unten in der beschreibung dieses videos das heißt wenn ihr das ein oder andere spezielle probleme könnt ihr sich ein blick in den artikel lohnen da habe ich das ganze verschriftlicht und ein paar links eingefügt zu anleitungen zum beispiel wie man das game dvr deaktiviert und paar andere hinweise gegeben ja ich sage mal ein querschnitt der problemfelder die bei mir so aufgetaucht sind und alles was mit der konfiguration und damit zusammenhängende optimierung zu tun hat das wiederum gehen wir jetzt in diesem video durch speziell in bezug auf star citizen habe ich dann auch in dem blogartikel ein hinweis drin zum beispiel zum thema rahmenloses fenster damit man das ganze eben auch vernünftig im stream nutzen kann und den einen oder anderen hinweis damit zusammenhänge ich auch in dem video also ihr könnt euch dann selber entscheiden wollt ihr einfach ein paar tipps zur konfiguration oder wollt ihr euch über problemfelder informieren die womöglich auch auf euch zukommen und könnt dann den artikel lesen gut das zu dem nun folgenden inhalten wir haben erstmal als grundlage was ich mit euch durchgehen werde ist die einstellungen in obs studio das ist hier die aktuelle version und nummer 17 und das bezogen auf youtube wobei das eigentlich egal ist die plattform auf die stream ist mehr oder weniger egal man muss nur die rahmenbedingungen kennen ich werde dann im vergleich dazu dann auch twitch euch aufzeigen was ich damit meine das zeige ich euch eben jetzt damit ihr auch eine vorstellung davon habt noch ein hinweis zur software im grunde ist es egal welche software ihr verwendet die meisten programme haben ähnliche oder eben ähnlich weitgehende einstellungen wobei ich sagen muss die konfigurationsmöglichkeiten in obs das ist auch eine freie software das heißt da müsst ihr auch kein geld für bezahlen und könnt damit super arbeiten die sehr effizient die sind die einstellungsmöglichkeiten sind schon sehr sehr gut und umfangreich und das ist euer vorteil denn da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr rauskitzeln als vielleicht bei dem ein oder anderen programm wo dann nur so was wie drei qualitätseinstellungen sind und ihr noch nicht mal selber die bitrate eingeben könnt was natürlich fatal ist also ich empfehle auch das stream mit obs ist im grunde egal ob ob obs classic oder obs studio beide sind kostenfrei verfügbar ob es studio bietet er bietet noch ein paar mehr interessante features wie vernünftige übergänge zwischen den szenen und so weiter das heißt wenn ich jetzt hier einmal auf zoom klicke ihr seht schon da findet dann eine überblendung statt und statt einfach nur einen harten wechsel und ihr habt dann auch bei den szenen der einstellung szenenübergänge verschiedene einstellungen ich will aber jetzt gar nicht die szenen einrichtungen die basisgeschichten von obs durchgehen auch dazu gibt es zig 100 tutorials im netz also das ist wirklich nicht das thema sondern insbesondere die dinge die kritisch sind die oft falsch verstanden werden oder aber bei punkten wo viel fehlinformationen um ihr glaube im umlauf ist zum beispiel aussagen wie ja 60 fps macht grundsätzlich probleme das ist großer bullshit das ist einfach nur ein mangel an technischem verständnis und ein wissen in bezug auf diese dinge und wenn man weiß wo eigentlich die problemfelder sind und was man dagegen tun kann sieht das schon bedeutend anders aus gut zum vergleich ich rufe jetzt einmal hier die youtube hilfe seite auf wenn er bei google danach sucht findet ihr diese vor zum beispiel youtube live oder youtube stream einstellung oder sonst was dann kommt ihr auf diese seite die es eben auch in deutscher sprache gibt wie ihr hier seht und dort findet ihr hinweise von youtube dazu wie die sich die konfiguration wünschen beziehungsweise was eingestellt werden sollte und das gute daran ist dass sie das für alle auflösungen und eben bildraten machen die sinnigerweise unterstützt werden das heißt wenn ihr wisst ich will mit 1080p also 1080 pixel bei 60 fps stream dann klickt ihr hier drauf und dann geben die empfehlungen zu bitraten und was sonst noch eingestellt werden muss das heißt das könnt ihr hier nachgucken hintergrund ist und das ist auch der grund warum ich bei youtube stream beziehungsweise zu youtube gegangen bin von twitch egal ob ihr ein oder 1000 zuschauer habt ihr könnt von vornherein mit 4k 60 fps stream wenn ihr lustig seid und alle eure user haben dann die transkodierungseinstellungen sprich wenn ich dann eine leitung habe die ist mir nicht erlaubt in der hohen bitrate und auflösung den stream zu gucken mit der der streamer die rüber bringt dann kann ich zum beispiel auf 720 runtergehen oder von mir aus auch auf 240 pixel wenn ich gerade mit einer schlechten mobil verbindung auf meinem handy schaue oder so das ist schon cool weil mir ermöglicht dass in sehr hoher qualität zu streamen was das bedeutet sage ich euch gleich was ich mit der hoher qualität verstehe und ich muss nicht erst ein großer bekannter streamer oder youtuber werden damit das möglich ist bei twitch ist es so ihr müsst partner sein ihr müsst ihr oder eben eine gewisse zuschauerzahl erreichen damit euch die transkodierungseinstellungen zur verfügung stehen ich glaube das sind 80 oder 100 nagelt mich bitte nicht darauf fest aber ich bin relativ sicher dass es in dem bereich liegt also so um die 80 bis 100 zuschauer muss man haben im stream damit der dann automatisch euch die transkodierten varianten zur verfügung stellt ansonsten habt ihr bei twitch das problem dass eure user nur das gestreamt bekommen was ihr eben auch sendet ohne jede veränderung bedeutet auch wenn ihr zum beispiel mit einer bitrate von 6000 sendet und ihr habt zuschauer die keine 6000er leitung haben sondern vielleicht nur eine 3000er oder dorf dsl mit einem mbit oder weniger oder so dann könnt ihr eurem stream nicht ruckelfrei schauen und das ist natürlich ärgerlich und in aller regel werden die sagen das liegt nicht an twitch sondern an euch was es indirekt tut weil ihr in einer zu hohen bitrate streamt aber das hat dann einfach damit zu tun dass deren leitung nicht schnell genug ist und twitch keine transkodierung optionen zur verfügung stellt für den user wenn der streamer nicht groß genug ist und dementsprechend wenig umfangreich fallen hier auch die informationen aus die in dem standard artikel hier von twitch verfügbar sind da könnt ihr auch auf deutsch übrigens umschalten gibt es jetzt in der standardversion auf englisch aufgerufen im helpcenter findet ihr noch ein paar mehr artikel das ist jetzt nicht alles was man dazu an informationen von offizieller seite bekommt aber erstmal von den basics und das ist wirklich sehr rudimentär also hier steht hier wird noch nicht mal ein hinweis oder ein tipp gegeben zu auflösungen frame raten und sonst was sondern hier steht einfach nur eine maximale bitrate von 3500 ihr könnt auch mit mehr zu twitch streamen aber diese empfehlung von denen ist eben kommt daher dass die auch wenn ihr kein partner seite sie habt ihr den abschnitt vor partners und von non partners dass die im bei optimalen codierungseinstellungen auch zu mobile und consoles streamen und deswegen wollen die die betraten im überschaubaren bereich damit es da auch machbar ist wenn zum beispiel ihr jetzt mobil nicht im wlan seite sondern zum beispiel nur über eine langsamere verbindung oder vielleicht habt ihr auch irgendwo lte aber nicht den besten empfang dann ist die übertragungsrate auch sehr eingeschränkt und ja was sie aber auch hier geben sind keyframe intervall empfohlener codec wobei auch das finde ich problematisch war die empfehlung sollte entsprechend eure hardware erfolgen und nicht pauschal wobei der codec in den ihr dann transkodiert das ist natürlich schon eine empfehlung die sinn macht die unterstützen aber eben auch mehr als nur h 264 und dann auch zu der audio komprimierung aber viel mehr informationen kriegt ihr nicht ist nur so ein paar beschreibungen warum wieso zum beispiel cbr sinn macht das könnt ihr euch gerne durchlesen da nur als kürzer hinweis cbr steht für constant betrayed das heißt wenn wir von bitraten sprechen wie dieser hier 3500 kbit pro sekunde dann bedeutet dass das ihr dann mit konstanten betraten arbeitet aber dazu gleich mehr wenn ihr bei youtube schaut da kriegt ihr eben passend zur auflösung und frame rate also nehmen wir mal 1080p mit 60 fps und mit 30 fps da habt ihr dann natürlich die gleiche auflösung aber bei dem bitraten bereich sagen die als empfehlung drei bis 6000 kbit und bei 60 fps viereinhalb bis 9000 kbit und hintergrund ist der die auflösung ist zwar die gleiche aber wenn ich mit 60 bildern pro sekunde stream habe ich halt doppelt so viele bilder wie bei 30 fps aber das ist nicht genau doppelt so viele bilder sind von der datenmenge dann auch nicht genau doppelt so groß das erkläre ich euch auch gleich das muss man nämlich dazu auch wissen also einige sagen ja wenn du mit 60 fps streams hast ja gleich die doppelte datenmenge und die doppelte rechenlast bei der rechenlast trifft das schon eher zu aber auch da noch nicht wirklich und ja da ist das viel eben ich sag mal vermutungen mit laienwissen gemischt was dann nicht ganz passt ich bin jetzt auch kein profi in dem bereich aber von codierung jetzt mit dem jahrelangen video produzieren habe ich inzwischen doch ganz gut ahnung und das ist beim stream letztlich nicht anders was sie hier auch zusätzlich geben sind daneben encoder einstellung als video codex sagen eben auch als empfehlung 264 und das hier ist ein profil heißt also das ist so eine grundeinstellung und die muss hoch genug sein um entsprechend das was ihr streamt aufnehmen zu können deshalb muss man bei diesem hinweis auch aufpassen wenn ihr h 264 mit 4.1 nutzt dann könnt ihr zum beispiel nicht 1440p mit 60 fps stream weil das mindestens 5 1 oder 52 sogar erfordert das zeige ich euch gleich woher diese einstellung findet die könnt ihr aber auch einfach automatisch vornehmen lassen zum beispiel durch obs dann habt ihr das problem nicht frame raten sagen eben bis zu 60 fps auch keyframe angabe machen die ähnlich wie bei twitch wenn man dann noch einmal springen sagen keyframe intervall zwei sekunden und die sagen hier eben auch zwei sekunden empfohlen nicht mehr als vier sekunden was das heißt zeige ich euch gleich auch in den obs einstellungen audio codec und betraten kodierung geben die hier auch an und dann geht das ganze noch weiter mit pixel seiten verhältnis frame typen also progressive scan zwei b frames ein referenz frame und noch was zur die der hinweis zur entropie kodierung und audio abtastrate und audio bitrate wobei das eben alles empfehlungen sind steht hier ja auch ich stream zum beispiel mit einer bitrate von 320 kbit weil ich finde dass die soundqualität etwas sehr wichtiges ist und wenn nutzer sowieso eine schnelle leitung hat dann soll er doch auch die möglichkeit haben das in qualität zu genießen und das wird dann nicht sofort umgemodelt von youtube bei den normalen videos wenn ihr in sehr hoher audioqualität hochladet werden die es ja sowieso auf ihre standardwerte komprimieren da könnt ihr nichts dagegen tun beim live stream ist es so dass sie zumindest euren grundstream nicht verändern sondern einfach nur in den niedrig auflösenden varianten stärker komprimieren das ist also ein vorteil das heißt ihr könnt also in allen bereichen also selbst wenn ihr sagt hier 10 80 p 60 fps ich möchte nicht mit 9000 sondern 15.000 kbit stream weil meine leitung das hergibt ich habe also ein upload der stark genug ist und ich möchte die beste bildqualität für meine user dann könnt ihr das tun das wird youtube auch nicht blockieren und die kriegt dann vielleicht einen hinweis eingeblendet dein stream verwendet einen so betrate das macht aber überhaupt nichts es funktioniert trotzdem völlig problemlos und die nehmen das an letzten endes haben die auch die kapazitäten dafür denn wenn ich mit 4k 60 fps streame habe ich ganz andere betraten und dann braucht man da auch gar nicht lange weinen ja gut also das sind die informationen die ihr dann bekommt und diese informationen das sind erstmal die grundlagen für eure einstellungen in einem streaming programm wie obs und da gehen wir jetzt einfach mal in die einstellungen und hier sind erstmal im bereich allgemein die etwas unwichtigen die struktur der einstellung ist natürlich in jedem programm eine eigene das ist jetzt eben wie gesagt obs studio ihr müsst dann halt schauen wo sich die äquivalenten einstellungen in eurem eigenen pool finden also hier haben wir beim stream daneben ich habe benutzerdefinierte streaming server die haben aber auch eine auswahl von verschiedenen streaming plattformen aber ich hab dann einfach die youtube url für das streaming direkt hier reingehauen und dann den streaming schlüssel den natürlich anderen nicht zeigen solltet weil die dann sonst auf eurem kanal streamen können das ist aber auch eine basis einstellung wirklich interessant wird es hier im bereich ausgabe dazu kommen wir gleich audio ist noch mal zusatzeinstellungen von von obs selbst da könnt ihr dann auch verzögerungen einrichten und sonstiges und video ist sehr wichtig hotkeys ist noch mal separat und erweitert ist auch noch mal separat und da fangen wir an weil das ist erst mal eine einstellung die ihr gar nicht anrühren solltet und ich erkläre euch kurz warum dann gibt es da gar keine keine ja irritationen oder irrtümer oder ihr glaube der der probleme macht das erste ist prozess priorität damit ist tatsächlich die prozess priorität des prozesses von obs in eurem betriebssystem also in dem fall windows gemeint und wenn ihr die höher stellt weil ihr glaubt ihr könnt dann mehr leistung aus eurem rechner ziehen und damit eurem stream weniger rucklich oder stabiler machen dann ihr tier denn letzten endes führt das nur dazu dass sie dann womöglich wenn ihr parallel spielt probleme in eurem spiel habt oder es sogar zu abstürzen kommt vom spiel von obs und sonstigen also das solltet ihr keinesfalls anrühren prozess priorität ist keine einstellung die euch dabei hilft besseren stream zu erzeugen ganz im gegenteil beim renderer sollte es immer direkt 3d 11 sein das ist bedeutend effizienter als opengl einfach weil es im system besser verankert ist wenn ihr opengl nehmt werdet ihr auch schnell feststellen dass dann direkt warnungen von obs kommen oder ihr dann beim streamen hier unten in der statuszeile informationen kriegt dass womöglich die codierung überfordert ist ähnlich ist es beim farbformat ihr solltet definitiv bei nv12 bleiben die anderen einstellungen und insbesondere rgb erfordern viel viel mehr rechenleistung das heißt nv12 ist schon ein etwas eingeschränktes farbformat und das führt dazu dass ich weniger farben und weniger sonstiges habe womit ich rechne und entlastet somit die kalkulation wenn ihr rgb nimmt das ist etwas das benutze ich zum beispiel für meine normalen videoaufzeichnungen da geht das weil da muss das rgb nicht umwandeln für den stream der zeichnet ja erstmal in anführungsstrichen rohformat video auf das heißt er schreibt das dann einfach als rgb in die videodatei und später wird es durch premiere passend für youtube codiert aber beim stream müsst ihr es ja schon beim stream also live codieren und wenn ihr dann von rgb erst in ein anderes format umwandeln müsst das eingeschränkt ist weil das sind keine rgb videos bei youtube dann habt ihr noch mehr rechenleistung also das lasst ihr am besten auch auf der standard einstellung die u farb matrix am besten ebenso das heißt wenn ihr die erhöht dann habt ihr auch da wieder mehr und mehr bedeutet eben im falle von rechenaufwand eben mehr rechenaufwand aber dadurch auch weniger leistung weil das alles auf eure cpu beziehungsweise anderen system komponenten geht genauso auch beim u farbbereich u farbbereich definitiv oder y uv definitiv auf begrenzt lassen und nicht voll voll bedeutet einfach dass seinen gesamten farbraum die gesamten abstufungen die rgb zulassen würde von 0 bis 255 nimmt als mögliche codierung und bei begrenzt ist es so dass er bei späteren werten anfängt also dann ist es sowas wie keine ahnung 20 bis 220 das heißt unten und oben wird ein bisschen was weggestrichen und dadurch die menge reduziert das ist aber auch in ordnung dass es nicht wirklich ein grober qualitätsverlust oder so das ist etwas das gerade im stream nicht stark auffällt weil er ohnehin eher stärker komprimiert als bei normalen videos also das bitte am besten so lassen damit überfordert ihr euren computer nur das habe ich selbst und beim hier getestet und ich habe nicht gerade einen schwachen pc ich habe hier eine cpu von intel an core i7 58 20 k das ist ein sechs kerner also unterstützt hyper threading hat also insgesamt 12 threads und ich habe 16 gb ddr4 ram und ein vernünftiges x99 chipsets board und eine evga 89 ti super clock also schon durchaus ein nach wie vor potentes system sind zwar zum teil eben ältere komponenten also inzwischen gibt es auch schon die 1080 die ti noch nicht die soll ja erst noch kommen aber auch weitere cpu generation aber letzten endes das ist schon ein sehr performanter rechner und wenn ich da hier die einstellungen erhöhe dann kommt er schon nicht mehr mit insbesondere wenn ich star citizen spiele was nun mal durch mangelnde optimierung aber auch durch die ja durch die aufwendige grafik und sonstige kalkulationen ja schon sehr fordernd ist für ein system ja macht das keinen spaß also das am besten so belassen wenn da irgendwas anderes eingestellt ist als das was ihr hier seht dann empfehle ich euch das auf diese werte einzustellen und dann habt ihr da schon mal keine probleme video ist dann noch mal die basis einstellung muss erst mal gucken wie wollt ihr überhaupt streamen das entscheidende ist dass ihr das abhängig davon macht was eure leitung und eure leistung hergibt und da empfehle ich dann einfach einen blick auf die karten von youtube wenn ihr bei twitch streamen wollt okay 3500 kbit aber seien wir ehrlich wenn ihr wenn ihr wenn ihr 1920 x 1080 pixel mit 60 bildern pro sekunde mit dreieinhalb tausend kbit streamt dann habt ihr eine verdammt schlechte bildqualität und wir schauen uns mal hier an selbst youtube die eigentlich schon auch vergleichsweise niedrige einstellungen haben weil die sagen wir möchten natürlich dass sich streams für möglichst viele user zugänglich sind die fangen mit 1080p bei 60 fps erst bei viereinhalb tausend kbit an das ist also absolute unterkante aus deren sicht und davon nimmt twitch ja dann noch mal tausend weniger und das ist schon verdammt wenig es ist sehr stark komprimiert ihr habt pixel bildung ihr habt unschärfen je stärker ihr komprimiert desto weniger kann man im bild erkennen gerade bei kleinen schriften im hat oder so das wird dann irgendwann echt unleserlich und unschön und je schneller die bewegung je actionreicher das spiel desto schlimmer ist es weil ihr habt dann natürlich diese bildrate aber bei schnellen spielen verändern sich die bildinhalte sehr häufig das heißt der muss mehr informationen in diese bildrate quetschen und dann wird es umso hässlicher das heißt der muss umso mehr informationen fallen lassen also ich würde immer empfehlen wenn es eure leitung zulässt die oberkante der hier bei youtube empfohlenen bitrate einzustellen damit ihr eine vernünftige qualität liefern könnt und bei 1080 in 30 fps da sagen die ok 3000 bis 6000 kbit also wenn ihr in 30 fps mit 1080 streamt dann sind die dreieinhalbtausend von twitch durchaus ausreichend auch wenn nicht optimal und wenn ihr mit 720 bei 60 streamt sind die dreieinhalb schon ganz gut sind hier mittelfeld und für 720 30 fps sowieso ihr müsst also erstmal schauen was gibt meine leitung überhaupt her wie weit will ich gehen und mit welcher qualität kann ich leben vielleicht sagt ihr auch ja scheißegal kann ruhig alles ganz stark komprimiert sein macht mir gar nichts und meine user meckern auch nicht die wollen eigentlich nur keine ahnung sehen wie toll ich spiele oder was weiß ich von mir aus auch meine dekolleté oder so dann müsst ihr vielleicht weniger stark komprimieren gut das heißt erstmal bestimmt hier welche auflösung machbar ist ich würde auch immer sagen fang erstmal oben an das heißt das erste was wirklich begrenzt weil daran könnt ihr nichts ändern ist euer upload dazu muss man sagen wenn ihr springen wir noch einmal zurück wenn ihr zum beispiel auf euer provider euch sagt ihr habt ein upload von 6 mbit vielleicht habt ihr irgendwie eine 20 mbit leitung also 20 mbit download 6 mbit upload das sind also 6000 kbit ungefähr ist nicht ganz richtig umgerechnet macht aber nix im groben könnt ihr euch daran orientieren dann ist es einfach so dass ihr immer noch ein bisschen luft lassen müsst ihr könnt also jetzt nicht hingehen und in obs 6000 kbit einstellen und denken dass das mit eurem 6 mbit upload wunderbar läuft weil ihr immer noch ein bisschen overhead also ein überhang habt ein zusatz an informationen die übertragen werden müssen und auch immer ein bisschen luft braucht für andere prozesse zum beispiel wenn ihr zockt ein multiplayer geben dann ist es so dass ihr ja auch vom spiel her informationen hochladet und runterladet also da findet auch ein datenaustausch über das internet statt und das betriebssystem braucht auch ein bisschen luft und 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 ja also das protokoll an sich also das tcp ip system was ja fürs internet genutzt wird das braucht natürlich auch ein bisschen luft um eben eure daten zu verpacken und zu verschicken und ihr könnt also im groben sagen für die infrastruktur müsst ihr auch ein bisschen luft lassen das heißt da würde ich empfehlen immer wenigstens aller wenigstens zehn besser 20 prozent freizulassen das heißt wir gehen wir von einem einfacheren beispiel aus ihr habt zehn mbit upload das ist ja durchaus auch etwas verbreitet ist das war zum beispiel etwas was bei mir auf dem papier bei meiner vdsl leitung von vodafone damals stand was leider nicht der realität entspricht ja da müsst ihr daneben entsprechend davon ausgehen dass ihr nicht mit mehr als 8 mbit streamen solltet also 8000 kbit weil die luft von 20 prozent einfach da sein sollte und am besten bevor ihr wirklich regelmäßig anfangt zu streamen ruft eine seite auf bei der ihren speedtest machen können zum beispiel speedtest punkt net das ist die die ich hier jetzt vor mir habe und das solltet ihr zu verschiedenen tageszeiten und uhrzeiten machen insbesondere auch so abends in der primetime also so um 8 uhr da sind viele leute nicht unbedingt vor der glotze sondern surfen auch und sonstiges und dann mal diese speedtests machen und da geht es dann nicht um euren download wie das was ihr jetzt hier seht sondern hervorragend um euren upload der dann gleich getestet wird und das ist eigentlich wichtige dann könnt ihr nämlich schauen was gibt eure leitung durchschnittlich wirklich her und diesen durchschnittswert den solltet ihr in eurer einschätzung als maximalwert ansetzen und nicht mehr ihr seht ich habe auf dem papier 20 mbit upload und 400 mbit download die 400 mbit download stehen immer zur verfügung sogar ein bisschen mehr beim upload ist er knapp da drunter aber letzten endes also grob kann ich sagen okay ich habe 20 mbit bedeutet aber ich sollte nicht mit mehr als 16 mbit oder 16.000 kbit stream damit ich noch genug luft habe wobei da kann man vielleicht sogar noch einen tacken mehr ansetzen weil das dann ja je höher eure upload geschwindigkeit desto desto höher ist dann der anteil vom absoluten wert her und irgendwann ist mehr als genug da so also nehmen wir jetzt mal an ihr habt eine 10 mbit leitung oder gehen wir von meinen bedingungen aus 20 mbit dann wisst ihr okay das ist alles kein problem ich kann also auch 1080p bei 60 fps stream gucke ich mal hier oh super 9.000 bis 18.000 kbit das wäre sogar in meinem bereich ich würde also 16.000 kbit nehmen ich könnte also 1440 pixel bei 60 fps stream tolle sache dann geht ihr also zu obs stellt genau das ein und das erste was ihr macht ist erstmal euren stream auf nicht gelistet oder privat zu stellen und das mal auszuprobieren und dann werdet ihr sehr schnell merken hat euer rechner überhaupt die leistung dafür kann er das überhaupt kodieren weil die anzahl an pixeln die ihr mit 1440 p habt im vergleich zu 1080p ist schon sehr sehr viel höher und zwar nicht einfach nur 40 prozent sondern noch eine ganze ecke mehr und da müsst ihr eben einfach aufpassen also das einmal durchtesten das heißt die erste große limitation ist euer upload und die zweite limitation ist die leistung eures systems und völlig unabhängig davon was ihr hier erstmal rumfummelt das sind dann die detaileinstellungen im bereich ausgabe hier ist erstmal das grobe einzustellen und mein system kann ohne probleme mit 1080p bei 60 fps stream wichtig ist aber auch dass sie euer spiel passend konfiguriert ich habe am anfang immer bei star citizen in 1440 gespielt so wie ich das eben auch dann für youtube aufgenommen habe beim stream ist es aber so wenn ich mit 1440 spiele und mit 1080p bei 60 streame dann muss das auch erst skaliert werden und das ist etwas da muss der computer auch rechnen und ihr habt hier drei einstellungen bilinear bikubisch und langkost oder langsos oder wie auch immer man das ausspricht und das sind eben verschiedene arten der bildskalierung das heißt aus einem größeren bild wird ein kleineres gemacht und dabei müssen die pixel ja unten verschoben und welche fallen gelassen werden und durchschnittspixel ausgerechnet werden und solche sachen und das kostet natürlich rechenleistung das heißt optimalerweise und dann ist nämlich die skalierungsfilter einstellung hier völlig egal spielt ihr in der auflösung mit der ihr auch streamt dann entlastet ihr euren computer das ist also die erste wichtige einstellung um rechenleistung einzusparen und mehr raus zu kitzeln stellt den skalierungsfilter auf irgendeinen wert der ist egal solange ihr dann euer spiel auf die gleiche auflösung einstellt mit der stream dann gibt es nämlich nichts zu skalieren ja und das ist schon mal eine gute sache die werte sollten hier oben also auch gleich sein das ist einmal die leinwand und einmal dann die skalierte auflösung wenn hier nichts zu skalieren gibt dann gibt es auch keine relevanz des skalierungsfilters wenn ihr den aber braucht dann am besten auch mit bilinear arbeiten weil die qualitativen unterschiede hier sind nicht so dramatisch die fallen nicht auf durch die komprimierung die sowieso das schädlichste die also die eigentliche komprimierung ist das was zu den wesentlichen qualitätsverlusten führt und nicht unbedingt hier die skalierung deshalb könnt ihr auch die bilineare den bilinearen filter nehmen der ist eben hier steht zwar unscharf bei skalierung aber da geht es um details also wenn man einzelne pixel betrachtet und nicht einen gesamteindruck also ihr werdet kaum unterschiede zwischen diesen einzelnen filtern feststellen außer dass der ein oder andere die cpu deutlich mehr belastet gut dann springen wir jetzt zur ausgabe und da wird es echt kompliziert aber ich mache es einfach so ihr habt hier erst mal an ausgabe modus und wenn ihr auf einfach stellt dann habt ihr eben veränderte einstellungsmöglichkeiten wir wollen aber definitiv mit erweitert arbeiten weil wir eben alles ausnutzen möchten was unser system zur verfügung hat und jetzt geht es erst mal los zu entscheiden was ihr als codierer verwendet das ist die erste und wichtigste entscheidung und das hängt davon ab welche hardware ausstattung ihr habt ich habe hier in meinem fall die auswahl zwischen nv eng und x 264 das sind beides codierer die dann am ende h 264 ausspucken und wenn ihr zum beispiel ein core i7 habt dass ich habe jetzt ein 58 20k der hat nicht noch eben wie nennt sich das denn von intel jetzt ist mir das entfallen ich gucke mal kurz in der einfach einstellung ob das hier irgendwo auftaucht leider nein ihr habt eben in der intel cpu in einigen zumindest noch zusätzlich eine grafikeinheit und die auch für codierung genutzt werden kann so und diese grafikeinheit die würde dann also sozusagen die rechenarbeit der codierung übernehmen und das hättet ihr dann hier als einstellung drin als zusätzliche und nv eng habt ihr nur zur verfügung wenn ihr eine nvidia grafikkarte habt die auch die entsprechende ausstattung hat also ältere nvidia grafikkarten haben das nicht zur verfügung neuere also 89 ti zum beispiel haben das und da ist es so dass dann eure ein chip auf eurer grafikkarte oder eine einheit eurer grafikkarte die codierung übernimmt das entlastet die cpu extrem ich habe hier also wenn ihr unten rechts schaut cpu auslastung durch obs hier sieben prozent oder auch mal acht prozent oder geht auch mal rund auf fünf prozent das ist das was jetzt hier durch overlay und das im hintergrund laufende video und sonstiges schon erzeugt wird wenn ich jetzt anfangen zu streamen ändert das an der cpu auslastung absolut gar nichts weil die codierung die grafikkarte macht das heißt dass da wird wirklich die cpu vollständig entlastet und das ist eine super sache bestimmte andere dinge wie zum beispiel das skalieren können dazu führen dass die cpu mit belastet wird aber erst mal vom grundsatz her wenn ihr über nvn kodiert dann macht es eure grafikkarte und das empfehle ich da muss ich aber feststellen bei meiner 89 ti das hatte ich auch ausprobiert wenn ich in 1440p mit 60 fps streamen möchte dann kommt die nicht mehr hinterher also nvn reicht dann nicht mehr aus der kann dann nicht schnell genug die bilder produzieren und es kommt zu so genannten drop frames bedeutet das also bilder fallen gelassen werden und das führt zu einem ruckligen eindruck auch wenn bei euch dann hier unten keine frame drops angezeigt werden denn ob erst wenn ihr streamt habt ihr eine zusatzinformation da geht das was ob es hier unten ausgibt das ist nur wenn eure leitung nicht reicht das heißt wenn ihr streamt und stream zum beispiel mit 6000 kbit und ihr habt aber nur 3000 kbit upload dann hättet ihr hier ein bildverlust von 50 prozent weil er die hälfte der bilder nicht schicken kann weil ihr eben mit doppelt so viel datenmengen streamt wie eure leitung hergibt das ist die eine art von bildverlust ihr könnt aber auch schon beim kodieren bilder verlieren wenn eben euer rechner nicht hinterher kommt das meine ich eben mit beschränkung durch leistung ist also testen wie viel schafft euer computer überhaupt und dafür könnt ihr dann die log dateien von obs nutzen wir schauen aber erst mal jetzt weiter hier in den einstellungen wenn ihr nvn nehmt das gehen wir einmal durch und x 264 gehen wir auch durch und für für die kodierung über eure intel cpu ist es sind im grunde die gleichen einstellungen wie jetzt für die software kodierung also wenn ich jetzt hier x 264 nehme dann macht die cpu die ganze arbeit wenn ich nv eng nehme dann macht eben die gpu also meine grafikkarte die ganze arbeit das skalieren hier auf jeden fall wegnehmen ihr wollt nicht skalieren auf keinen fall weil ihr hier dann schon die richtigen einstellungen getroffen habt und erzwinge streaming dienst kodierer einstellungen die könnt ihr hier so angehakt lassen das ist in ordnung wir wollen aber hier in diese einstellung gehen das sind die eigentlich wichtigen und wenn ihr hier mal schaut ihr habt ihr verschiedene tabs aufnehmen ist irrelevant ich würde auch nicht parallel zum streamen aufnehmen weil das im zweifel je nachdem wie euer board und eure festplatten und sonstwas beschaffen ist dazu führen kann dass ihr das verlangsamt also wenn ihr stream zu twitch oder youtube wird euer video sowieso dort gespeichert also braucht ihr nicht parallel aufnehmen das nur relevant wenn ihr aufnehmt und bei audio da habe ich jetzt halt ich nutze nur spur 1 bei ubs da lasse ich dann alles einlaufen games und mikro und sonstwas habe ich halt die bitrate auf 320 kbit stehen auch wenn youtube wenn ihr vorhin aufgepasst habt 128 kbit empfiehlt aber ich möchte einfach eine höhere tonqualität insbesondere durch die tolle soundkulisse und die tolle musik in star citizen habe ich eben dann 320 kbit genommen wenn wir aber zu streamen gehen dann haben wir hier also einmal den nv encoder und dann geht's los qualitätsregulierungs methode die ist unabhängig vom encoder das ist sehr wichtig da entscheidet ihr also ob ihr in constant bitrate oder mit variabler bitrate streamt die anderen sachen könnt ihr ignorieren da bitte gar nicht erst einstellen das ist für streaming nicht geeignet vor allen dingen nicht verlustfrei vergesst das direkt also konstante bitrate und variable bitrate was bedeutet das bei der konstanten bitrate ist es so ich stelle hier eine bitrate ein und egal wie aufwendig eure szene ist wird er diese bitrate nutzen das heißt wenn ihr zum beispiel eine wand anguckt die einfach nur grau ist dann braucht er ja eigentlich nicht so viel nicht so viel speicher um ein graues bild zu speichern dann hast du dann einen farbwert wenn das eine gleichmäßige fläche ist und eben die pixel anzahl fertig so dann ließe sich das bild mit sehr sehr wenig datenmenge speichern dreht ihr euch dann von dieser wand weg und ihr habt da plötzlich eine action szene vor euch mit 1000 teilen und partikeln die durch die gegend fliegen und ohne ende figuren und sonst was dann habt ihr ja da habt ihr einfach etwas vor der nase das sehr aufwendig ist vom bildinhalt wo man also nicht einfach einsparen kann dadurch dass man einfach nur eine farbfläche hat sondern viele verschiedene details eben und farbunterschiede in den pixeln gespeichert werden müssen und das wird aber in die gleiche bitrate gequetscht das heißt ihr habt dann qualitative unterschiede in den bildern abhängig davon wie aufwendig der bildinhalt ist diese qualitativen unterschiede sind aber nicht so störend als dass man konstante bitrate nicht nutzen könnte variable bitrate könnt ihr für streaming komplett vergessen bei variable bitrate ist es so dass ihr im grunde eine maximale bitrate vorgebt und das system dann entscheidet ok jetzt habe ich aber nur eine graue wand ich brauche diese bitrate gar nicht und nimmt weniger erstmal klingt das ja nach vorteil weil ihr dann im schnitt vielleicht mit weniger upload mehr erzielen könnt aber das tcp also das entsprechende protokoll für das internet hat damit große schwierigkeiten weil ihr dann im zweifel sehr starke schwankungen habt und das kann dann auch bis hin zu abbrüchen führen und deswegen sowohl twitch als auch youtube empfehlen ganz klar und geben vor cbr hierfür die kodierung und wenn ihr euch bei twitch diese diesen abschnitt durch leser wird euch das genau erklärt warum das so ist und was dahinter steht es ist auf jeden fall so vergesst vbr ihr könnt für stream eigentlich nur cbr nutzen alles andere ist unfug bitrate ist eben das was ihr dann hier eintragt also wenn wir jetzt nochmal bei den empfehlungen schauen ich habe jetzt 1080p60 hier müsste ich also optimalerweise was zwischen viereinhalbtausend und neuntausend kbett eintragen da ich aber eine pixel hohe bin und sage ich will aber optimale qualität und ich möchte dass die leute sehen wie schön und toll star citizen ist nehme ich halt eine höhere bitrate und das lässt meine leitung zu ihr habt ja eben gesehen ich habe fast 20 mbit upload also fast 20.000 und ich stream hier mit einem upload von 12.500 damit habe ich mehr als genug luft nach oben meine frau kann parallel online irgendwelche sachen machen ohne dass es den stream stört und sonstiges aber das müsst ihr dann anhand eurer leitung und eben anhand eurer auflösung und bildrate entscheiden wie hoch ihr hier gehen könnt aber insbesondere wenn ihr bei twitch stream müsst ihr darauf achten dass ihr die vorgaben von twitch nicht überschreitet oder wenn ihr partner seid habt ihr dann noch mal ein paar andere möglichkeiten bei youtube seid ihr da sehr viel flexibler und könnt viel höhere qualität liefern so jetzt kommen wir zum keyframe intervall das ist auch eine sehr wichtige einstellung da müsst ihr unbedingt die empfehlungen der streaming dienste oder plattformen einhalten und in dem fall ist es zwei lasst es nicht auf auto damit kriegt ihr probleme und was bedeutet das eigentlich wenn ihr jetzt ein video streamt dann ist es nicht so dass er jedes bild einzeln speichert deswegen sagte ich vorhin auch wenn ihr mit 60 fps streamt heißt es nicht automatisch dass ihr doppelt so viel daten wie bei 30 fps habt weil er nicht jetzt 60 einzelne bilder malt wie bob ross das tun würde wenn ihr ihm sagt machen wir jetzt 60 bilder sondern und das ist jetzt ein keyframe es wird ein vollständiges bild gemalt und dann wird im nächsten bild das berechnet wird von eurer grafikkarte geschaut was sind die unterschiede zum vorhergehenden bild und nur diese unterschiede eingemalt und so geht das immer weiter und wenn ihr es gibt dann natürlich auch zwischenbilder die beides beachten also die die unterschiede zwischen dem vorangehenden und dem nachfolgenden bild sich angucken und dazu habt ihr auch sehr anschauliche artikel bei wikipedia hier seht ihr schon habe ich mich auch vorbereitet und da gibt es dann auch anschauliches material um das zu visualisieren was ein iframe ist was ein p frame ist und was ein b frame ist und ein iframe das ist also praktisch euer keyframe das ist das bild was komplett berechnet wurde deshalb ist hier alles auch voll eingefärbt und der der p frame der schaut dann nur okay was hat sich hier geändert okay der 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 pacman hier ist identisch geblieben den male ich also gar nicht in das bild aber die punkte haben sich verschoben das heißt die male ich jetzt hier rein und damit habe ich den unterschied zwischen den zwei bildern erfasst und mehr brauche ich auch nicht weil dann kann ich die abspielen das lässt der codec zu also ein video abspielprogramm nimmt dann das bild und legt sozusagen die unterschiede darüber oder verrechnet das miteinander beim abspielen und das ist dann eben ein p frame und ein b frame ist einer der guckt dann vorher und guckt danach und nimmt dann die unterschiede auf das heißt er nimmt sich die informationen hier raus und die informationen daraus und er rechnet dadurch eben dieses zwischenbild so und abhängig davon wie eure keyframe intervall eingestellt ist habt ihr dann natürlich weniger oft oder eben häufiger ein volles bild so was hat das für vor und nachteile bei vollen bildern ist es einfach so dass sie eure datenmenge erhöhen je mehr volle bilder ihr habt desto aufwendiger ist es ja für die für die berechnung ähm ihr dürft aber auch nicht so wenige volle bilder haben dass ähm dadurch äh probleme entstehen ja und äh da sagt youtube zum beispiel bei der empfehlung ganz klar nicht mehr als vier sekunden wenn ihr also eine einstellung von zwei sekunden habt dann ist es so dass äh bei 60 fps nur alle 120 bilder ein vollbild berechnet wird und alle anderen dazwischen eben diese zwischenberechnung sind so und das ist auch in ordnung aber je mehr zwischengerechnete bilder dazwischen sind desto mehr muss gepuffert werden desto mehr muss euer computer sozusagen beim abspielen oder das endgerät beim abspielen tun wenn ihr dann sowas wie acht sekunden einstellt dann habt ihr ohne ende zwischenbilder und nur ein paar vollbilder äh also keyframes und das ist unglücklich also da keyframe intervall ganz klar auf zwei einstellen und nicht auf null stehen lassen die auto einstellungen auch nicht höher also das ist eine gute empfehlung sowohl von twitch als auch youtube die solltet ihr auch einhalten dann bei der voreinstellung von nv eng empfehle ich euch ganz klar standard zu lassen die anderen sind leider hier in obs nicht vernünftig implementiert das wird also eher probleme machen als euch happy zu machen also lasst die voreinstellung einfach auf standard da könnt ihr sowieso nicht mehr rausholen und beim profil da sind wir eben wiederum bei der codierung auch die ist leider zumindest in obs studio bei classic weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich gut implementiert deswegen lasst es einfach auf high ja und wenn ich eingestellt ist stellt auf high ein und gut ist dann müsst ihr dann auch euch nicht weiter damit auseinandersetzen also voreinstellungen profile auf diese werte belassen und nicht groß drüber nachdenken und gar nicht erst anrühren damit könnt ihr im zweifel auch nur probleme verursachen und nicht probleme lösen beim level das ist genau das was eben hier auch schon von youtube angesprochen wird beim video codec h 264 4.1 das level das bestimmt wie viel ihr sozusagen übertragen könnt und das höchste ist hier 5.1 ich hatte vorhin gesagt 5.1 oder vielleicht auch 5.2 für 1440 60 fp ist das quatsch also bei 5.1 fährt sie offensichtlich auf das könnt ihr aber getrost auf auto lassen empfehle ich euch auch denn wenn ihr zum beispiel mit 1440 60 fps stream wollt und 4.1 einstellt das level reicht nicht um die datenmenge aufzunehmen dann könnt ihr eurem stream gar nicht starten und wundert euch warum der button nicht geht und schimpft über obs aber in wahrheit ist es eure falsche einstellung also lasst das level bitte auf auto dann habt ihr da überhaupt keine probleme dann benutze two pass encoding bei der two pass encoding methode ist es so dass jedes bild praktisch in zwei durchläufen kalkuliert wird und das steigert die qualität denn mit der mit dem runterrechnen haben wir natürlich verluste und beim two pass encoding kann das system sozusagen zweimal darüber nachdenken ob er nicht noch was optimieren kann also er macht dann die grund komprimierung lässt es nochmal durchlaufen schaut wo er optimieren kann ohne die datenratie oder die bitrate zu überschreiten und das ist eine gute sache es wird zwar behauptet dass die rechenlast dadurch bedeutend höher ist für die gpu und wenn man das rausnimmt kann das vorteile bringen die vorteile sind praktisch null also ich habe es auch wirklich gemessen auch mit den werten im obs log wie viel euch das bringt das bringt euch praktisch nichts also als ich probleme hatte und dann zum beispiel drop frames oder drop frames bei der kalkulation von 20 prozent hatte als ich diese option rausgenommen hatte waren die drop frames bei 19,9 prozent das ist lächerlich der die einsparung ist minimal oder praktisch nicht gegeben aber der visuelle qualitätsverlust der ist sehr deutlich also wenn ihr das rausnimmt dann sieht euer stream bedeutend schlechter aus deshalb lasst das two pass encoding für den mv eng gpu das ist nur die id eurer grafikkarte mit der ihr die berechnung machen lasst also wenn ihr zum beispiel zwei grafikkarten in eurem computer habt computer fangen immer an bei null zu zählen dann hat die erste grafikkarte die id 0 die zweite hat die id 1 und ihr wisst okay auf der ersten grafikkarte läuft mein spiel dann könnt ihr auf die zweite grafikkarte könnt ihr hier eins einstellen weil die sowieso nichts zu tun hat und dort die video komprimierung machen lassen das ist ein vorteil das nützt euch wenn ihr mehrere grafikkarten habt ansonsten lasst es bitte auf null stehen rührt das nicht an sonst habt ihr probleme und b frames das haben wir ja gerade gelernt bei der wikipedia was das ist bidirektional differenz codierte einzel bilder das sind eben die die frames die sowohl das vorangehende als auch darauf folgende bild berücksichtigen um ein zwischenbild zu errechnen und hier könnt ihr eben einstellen wie viele das sein sollen und auch da richtet ihr euch nach den empfehlungen von eurer streaming plattform in dem fall youtube die sagen klar zwei b frames also stellt ihr auch genau das ein und fußt da nicht dran rum das bringt euch gar nichts und bringt auch eurer rechenleistung nicht viel wo ihr wirklich vorteile habt ist wenn ihr wisst wie euer system beschaffen ist und wenn ihr eine potente grafikkarte habt und wenn ihr hier nicht übertreibt mit auflösung und bildrate dann fahrt unbedingt mit nv eng das bringt euch sehr viel und da braucht ihr dann auch nicht viel optimieren wenn ihr diese einstellung vornehmt seid ihr gut dabei dann braucht ihr hinterher nur noch mit der bitrate zu experimentieren und den rest gar nicht erst anzurühren das wäre jetzt für den fall nv encoder für den x264 codierer habt ihr ähnliche einstellungsmöglichkeiten also natürlich wieder hier die methode da sind ein paar andere noch dabei aber auch da ist die eigentlich einzig relevante für euch cbr alles andere bitte nicht das macht nur probleme und hier könnt ihr auch die bitrate einstellen ihr seht ihr habt es auf den standardwert umgestellt ihr müsst ihr dann natürlich die bitrate eingeben die ihr haben wollt und eine benutzerdefinierte puffergröße braucht ihr nicht könnt ihr einstellen aber ihr seht schon wenn ich den haken rein mache ob es stellt automatisch die puffergröße auf die größe der bitrate auf die einstellung eure bitrate ein und das ist auch in ordnung das reicht vollkommen außer braucht ihr nicht dran rumfuschen auch das bringt euch nichts im zweifel mehr probleme als nutzen keyframe intervall sehr wichtig standard einstellung ist null auch hier unbedingt auf zwei stellen jetzt kommen wir zu einstellungen die spezifisch für den x264 codierer für den software codierer sind der über eure cpu läuft und ich gehe einmal kurz hier rein auf profil da habt ihr dann ähnliche einstellungen wie es gerade beim nv encoder gesehen habt und bei tune nochmal vorgaben die bitte nicht anrühren auch da habt ihr eher schwierigkeiten als nutzen also wenn ihr hier irgendwas umstellen müsst weil us stream nicht optimal läuft dann müsst ihr lieber in den basis einstellungen gucken weil da etwas nicht stimmt als hier zu pfuschen sehr wichtig ist aber auch hier die prozesse auslastungs voreinstellungen höher gleich weniger cpu auslastung was hier nicht dabei steht ist eben höher weniger cpu auslastung aber auch bedeutend schlechtere bildqualität wenn ihr also hier an den einstellungen veränderungen vornehmen müsst ihr wirklich vorsichtig sein wenn ihr zum beispiel auch fast einstellt dann merkt ihr dass die bilder die der mit der bitrate mit der unveränderten bitrate erzeugen kann sehr viel besser aussehen also weniger stark komprimiert aber dabei auch deutlich länger euer prozessor rechnen muss also der prozessor und das ist eben damit gemeint mit der geschwindigkeit das ist die zeit die eure prozessor sich dabei lässt mit dem bild zu befassen ihr stellt stellt euch das einfach so vor euer prozessor kriegt eine leinwand vorgesetzt ein pinsel und farben und dann wird ihm gesagt was er malen muss so wenn ihr ihm sagt okay macht das ultra fast dann nimmt dann im pinsel manche ein bisschen was auf die leinwand und schmeißt die leinwand weg und nimmt die nächste dementsprechend zieht das bild aus wenn ihr das auf very slow zum beispiel einstellt dann stellt er sich erstmal dahin und mal eine woche lang ein euer bild das ist dann am ende perfekt war hat aber so lange gedauert dass es viel zu spät kommt und somit eurem live stream nicht mehr nützt heißt also da noch mal sehr vorsichtig sein und hier ist die empfehlung ganz klar very fast das ist ein ganz guter mittelwert auch wenn es jetzt hier in der auflistung nicht in der mitte steht es ist trotzdem ganz guter mittelwert den ihr nutzen könnt der ja ich sag mal einfach ein guter kompromiss zwischen geschwindigkeit und qualität ist höher solltet ihr nicht unbedingt gehen das heißt wenn ihr feststellt eure cpu ist langsamer und kommt nicht hinterher mit very fast dann geht auf nicht auf super fast oder ultra fast da fangen die bilder an wirklich hässlich auszusehen dann regelt lieber noch mal andere einstellungen runter also dann bleibt euch vor allen dingen nur noch eine stellschraube nämlich mit weniger bildrate oder weniger auflösung zu arbeiten um eure cpu zu entlasten aber wenn ihr höher als very fast gehen müsst ist das nicht gut wenn ihr eine absolute high end killer maschine hat oder vielleicht sogar einen separaten rechner für streaming das heißt ihr spielt auf einem rechner streamt aber auf dem anderen dann könnt ihr auch auf fast oder fast gehen da werdet ihr dann wahrscheinlich genug rechenleistung haben weil die cpu dann ja nicht noch parallel das spiel berechnen muss ja das ist also eine der zentralen und wichtigen einstellungen für die x264 codierung also die codierung über eure cpu dann und darüber gibt es auch viele verschiedene informationen im netz und leider viele auch falsch oder zumindest so dargestellt dass man sie schnell missverstehen kann also das was ich gerade erläutert habe nämlich die zeit mit der sich die cpu mit eurem bild befasst wird hier eingestellt ihr müsst aber für stream natürlich auch schnell genug sein so und jetzt kommt noch ein tipp von mir und zwar bei den x264 optionen da könnt ihr dann eingeben opencl gleich true was tut das opencl gleich true damit aktiviert ihr eben die opencl option und die entlastet eure cpu ein wenig indem sie einen bestimmten teil der arbeit von der gpu machen lässt das ist dann also nicht so wie beim nv encoder bei der nvidia geschichte wo dann alles eure cpu macht oder wo jetzt eure cpu um die hälfte oder so entlastet wird aber zumindest um einen teil weil er bestimmte berechnungen zum beispiel die vorausberechnungen durch eure grafikkarte machen lässt während die cpu weiterhin die bilder malt ja ihr könnt euch das also so vorstellen dass da eine gewisse zuarbeit von eurer grafikkarte erfolgt und dann könnt ihr vielleicht zehn oder so prozent von der gesamtauslastung einsparen also das hängt natürlich von den bildinhalten und sonstigen einstellungen ab aber da könnt ihr ein bisschen einsparen ich empfehle euch also auch diese unbedingt diese option zu nutzen wenn das mit eurem system machbar ist ihr könnt sie einstellen wenn er das nicht nutzen kann dann nutzt das halt nicht weil zum beispiel eure grafikkarte dafür nicht verwendet werden kann aber wenn ihr es einstellt und ihr könnt es nutzen habt ihr einen vorteil davon und das schadet nicht keinesfalls weil es hat keine nachteile das führt nicht zu verminderter bildqualität oder sonstwas da wird einfach von der rechenarbeit das ein bisschen anders aufgeteilt daher also unbedingt in betracht ziehen dass diese empfehlung von vorteil sein kann ja und was machen wir dann wenn ihr diese einstellung vornehmt und daran rum spielt da müsst ihr natürlich auch prüfen klappt das überhaupt das heißt ihr am besten streamt ihr zu youtube blendet euren stream aus da könnt ihr wenn ihr ein stream einstellt auch einstellen dass er nicht gelistet ist dann könnt ihr einen link euren freunden schicken und die können parallel gucken können natürlich erstmal ein sichttest machen wie sieht die bildqualität aus und ruckelt das dann und da würde ich mich eben nicht rein aufs auge verlassen sondern eben auch einfach mal in die log dateien schauen könnte genaue analysen fahren immer wenn ihr ein stream startet oder eben beendet oder das programm startet bekommt ihr hier weiterführende informationen ich mache jetzt mal log dateien anzeigen jetzt sind wir hier im ordner app data roaming also immer nutzer ordner app data roaming obs studio logs da hat er die ganzen log dateien natürlich löscht er die irgendwann ihr könnt einstellen wenn die gelöscht werden oder die natürlich auch selber löschen und das sind so von verschiedenen stream tests auch die informationen und so weiter und so fort ich habe jetzt hier zum beispiel nehmen wir das mal passiert hier zum beispiel auch die hardware ausstattung und was da so alles im system läuft und was wie konfiguriert ist also hier haben wir dann 1080p mit 60 fps und eben im farbformat nv12 und da gibt euch bestimmte informationen zur codierung raus und das eigentlich wichtige findet ihr dann irgendwo mittendrin wenn es denn auftaucht hier in dem fall taucht es nicht auf moment ich muss da selber einmal suchen ich könnte jetzt auch einfach mal nach keine leck frames droppt auch keine dann haben wir hier einen erfolgreichen stream gehabt ach so das war der letzte stream der sehr gut lief ja genau so ich muss jetzt einmal reingucken damit ich euch die richtige stelle zeigen kann weil hier sind auch sehr viele informationen die für euch durchaus wichtig sein können wo ihr auch noch mal gucken könnt gibt es vielleicht mit der ein oder anderen hardware komponente wie zum beispiel eurem eure webcam probleme was ich aber eigentlich gesucht habe ist das hier wenn ihr einen stream beendet auch so ein test stream sagen wir mal ich stream fünf minuten und es stoppt dann den stream dann bekommt ihr eben die beim 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 streaming stop sozusagen eine auswertung er hat also jetzt 788 268 frames encoded und 788 269 frames gemalt also drawn frames sozusagen erstellt ja und da gibt es einen unterschied und jetzt haben wir hier nämlich die zeilen mit den wichtigen informationen number of skippt frames due to encoding lag 4 bei 788 tausend bildern die er gemalt hat also basierend bei auf 60 fps könnt ihr auch ausrechnen was für eine zeit das dann ergibt hat er nur vier nicht machen können aufgrund von encoding lag encoding lag bedeutet eure grafikkarte oder eure cpu oder beide rechnen gerade an einem bild also bleiben wir bei dem beispiel von bob cross mit seiner leinwand der malt an dem bild und müssen eigentlich schon mit dem nächsten anfangen hat es aber noch nicht geschafft hat also sein deadline nicht eingehalten und malt das bild erstmal fertig dafür hat aber jetzt so lange gebraucht dass nicht schon das nächste sondern das übernächste ansteht das heißt das nächste würde einfach übersprungen werden also er malt dann bild eins braucht dafür so lange wie für bild eins und zwei zusammen lässt also bild zwei fallen und mal dann schon das dritte bild und obwohl ihr dann 60 fps habt sozusagen weil das erste bild dann zweimal gesendet habt ruckelt ist weil eben das mittlere bild fehlt und genau das passiert dann beim encoding lag aber bei vier bildern ihr seht es ja auch gerundet sind das 0,0 prozent es ist völlig irrelevant und trägt nicht zum lecken bei jetzt haben wir noch die nächste information number of legged frames due to rendering lag stahls oder stahls oder wie auch immer man das ausspricht es gibt frames sind also welche die komplett übersprungen werden legged frames sind frames die verspätet sind ja das heißt die eben auch länger brauchen aber nicht so lange dass man dann einen überspringen muss um in der zeit zu bleiben sondern die halt ein bisschen verspätet abgeliefert werden due to rendering lag oder stahls na also das heißt da hat man dann vielleicht eben kurze spitze in der cpu auslastung oder sonstiges und das sind dann schon bedeutend mehr das sind in dem fall 22.919 2,9 prozent aber das ist völlig in ordnung also da kann ich euch als richtwert sagen auch aus meinen eigenen erfahrungen bis fünf prozent fällt nicht auf fünf bis zehn ist schon unschön da ist es sichtbar für leute die eine nicht gestörte wahrnehmung haben und über zehn geht mal gar nicht das ist massiv laggy also es wirkt dann auch wirklich laggy obwohl ihr 60 bilder pro sekunde sendet weil dann bestimmte bilder doppelt oder sonst wie angezeigt werden das kommt nicht gut dann haben wir number of dropped frames due to insufficient insufficient bandwidth connection stalls das heißt also da sind wir dann bei den drop frames die einfach fallen gelassen werden weil das nicht schafft die rechtzeitig zu senden das heißt euer computer hat die berechnet die stehen zur verfügung und müssen jetzt zu youtube oder twitch gesendet werden schaffte aber nicht das heißt nicht dass hier hier unbedingt also das jetzt unbedingt meine leitung ausgelastet war hätte ja auch sein können wenn zum beispiel meine frau jetzt irgendwas hochladen würde während ich streame dann kann es natürlich sein dass die leitung da schnell an ihre grenzen kommt weil sie mit dem upload dann uneingeschränkten das nutzen würde und ich dann 12.500 kbit nutze und dann habe ich ein problem das ist etwas das kann sowieso passieren weil eure datenpakete nicht immer über den gleichen weg kommen von euch zu youtube und dann von youtube zu euren nutzern das kann auch sein das sind gerade vielleicht ein berechenter weg für die übertragung eures datenpaketes ein problem hat und dann muss er einen umweg gehen und dann schafft das nicht rechtzeitig oder aber euer computer kommt gerade aus anderen gründen nicht hinterher oder ihr habt vielleicht kurzen lastspitze oder euer router spinnt oder sonstwas aber bei einem derart geringen wert ist das völlig irrelevant auch da ist es so da muss man ein bisschen bisschen empfindlicher bewerten als bei den leck frames also wenn ihr hier das ist ähnlich dann wie bei den skip frames hat die gleiche wirkung wie drop frames unterm strich ist jetzt eine andere andere ursache aber die wirkung ist die gleiche und wenn ihr hier auf werte von über drei prozent kommt ist es schon unangenehm weil da fehlen einfach drei prozent der bilder die da sein müssten das bedeutet da fällt es halt früher auf hier kommen die bilder nur verspätet aber da und da fehlen die komplett und das ist unglücklich ja also das fällt früher auf aber bei 22 von 788.000 ist das völlig irrelevant deshalb auch da gerundet 0,0 prozent also könnt ihr ignorieren alles bis drei prozent ist in ordnung also es ist wirklich wichtig sich da noch mal mit seinen log dateien die obs euch zur verfügung stellt auseinanderzusetzen zu gucken liege ich in einem guten bereich oder eben nicht und je nachdem wie ihr eure konfiguration vornehmen können die werte besser oder schlechter aussehen ich habe hier vielleicht auch noch mal alte werte ich schon mal rein noch mal kurz habe ich eine etwas andere konfiguration habe ich jetzt legt frames von 1,7 prozent das ist jetzt aber auch schon das älteste so wie es aussieht da war ich schon ein bisschen weiter mit meinen einstellungen ja ich hätte euch jetzt gerne auch noch ein paar alte log dateien gezeigt wo man dann so sachen hat wie 30 prozent zum beispiel legt frames oder so und das ist natürlich übel das geht man gar nicht damit habt ihr massive qualitative einschränkungen und es ruckelt alles und sieht überhaupt nicht flüssig oder gut aus also schon mal zwischendurch also warum ich nicht einfach nur bis zum ende scrolle ist das wenn ihr mehrmals den stream startet und stoppt dass hier auch mehrere sachen dazwischen stehen hier haben wir zum beispiel legt frames 7,4 prozent ja und dann schauen wir mal was wir hier anlass haben hier haben wir auch konstante betrate 12.500 kbit 60 fps und ja keyframe intervall zwei sekunden also deswegen steht hier bei key in 120 das ergibt sich dann aus 60 bildern pro sekunde mal zwei und da haben wir auch die custom setting open cl gleich und was haben wir hier anlass gemacht ja gut also da läuft es über cpu und nicht über die grafikkarte und offensichtlich kommt mit diesen einstellungen meine cpu nicht hinterher wenn ich das ist ein spiel also 7,4 prozent ist schon spürbar das ist nicht optimal ihr seht ja bis mit star citizen getestet und schauen wir mal was wir hier sonst noch so an presets hammer super fast ja also eigentlich schon in dem bereich wo es schnell gehen sollte aber offensichtlich reicht es nicht ja und deshalb bin ich dann zum nv encoder gewechselt habe da noch mal ein bisschen getestet und das ergebnis ist ja klar 7,4 prozent zu 2 prozent oder was das war 2,9 ist schon bedeutender fortschritt und deshalb bin ich dabei geblieben also ich habe hier einfach mal mit verschiedenen einstellungen gespielt aber ihr seht auch schon was für gravierende unterschiede das ausmachen kann nur wenn man eine einzige option verändert und deshalb wenn ihr für euch dinge testet unbedingt sicherstellen dass sie immer eine einstellung nach der anderen verändert denn sonst wisst ihr nicht wenn ihr mehrere optionen verändert und dann in eure log datei guckt in eure lag datei genau wie viele wie viele auswirkungen die jeweilige einstellung jetzt in positive oder negativer richtung hatte also ihr müsst es ein bisschen austarieren aber ich denke ich habe euch jetzt einen relativ umfassenden einblick in die konfiguration der kodier einstellungen gegeben dieses video ist nicht als grundeinrichtung fürs streaming und sonstiges zu verstehen ihr müsst euch also andere tutorials anschauen um erst mal die grundeinrichtung für obs für twitch für youtube und so weiter zu machen damit ihr alles richtig konfiguriert habt und wenn ihr dann feststellt es leckt ihr kommt nicht weiter ihr habt probleme schaut euch dieses video an hätte ich vielleicht am anfang sagen sollen und nicht nachdem ich eine stunde gesammelt habe ist aber egal jetzt hängt er ja schon drin jedenfalls habt ihr halt die hinweise hier bekommen die wirklich wichtig sind bei der konfiguration lasst euch da nicht von von gefährlichem halbwissen und irrtümern blenden die informationen die ich euch hier gegeben habe die sind sauber recherchiert die sind überprüft aber die habe ich vor allen dingen in monatelanger konfigurationsformular auch selbst durchgetestet und die funktionieren so wie es eben beschrieben habe ich habe jetzt natürlich an der einen oder anderen stelle vereinfacht also wenn ihr das jetzt genau nehmt dann müsst ihr an einer der einen oder anderen stelle zum beispiel zu meiner erläuterung zum opencl aufschreien sagen aber in wirklichkeit so und so und die programmbeschreibung sagt was anderes und so weiter ist richtig also ich habe stellenweise vereinfacht und dann kein drei stunden video daraus zu machen weil das auch so lang genug ist es sind einfach unheimlich viele informationen man muss viel dazu wissen und um diese eigentlich relativ überschaubare anzahl an optionen durchzudeklinieren weil er halt so viel dahinter steht und daher auch der ganze ihr glaube ich habe eine handvoll einstellungen aber den die dahinterstehenden verbindungen zu verstehen und zu wissen was die ausmachen das ist halt der wirklich wichtige part und glaubt nicht eurem auge lasst euch nicht von irgendwelchen leuten irritieren die dann sagen oder im stream läuft super flüssig obwohl der leckt oder umgekehrt obwohl alles pico bello ist rufen die leute den stream leckt guckt in die log dateien das sind objektive werte das ist das worauf ihr euch verlassen könnt und nicht auf den ihr glauben oder die schlechten einschätzungen von euch selbst oder anderen nutzern ich habe das manchmal auch dann gucke ich mir ein stream an nachher also ich gucke natürlich nicht nochmal komplett meine ganzen streams aber ich gucke die so durch wegen der technischen qualität hab dann das gefühl irgendwie ruckelt das das ist ja irgendwie unschön was stimmt damit nicht und dann gucke ich nach und buddelt und dann schaue ich in die log dateien stell fest ich habe dann irgendwie zwei leckt frames und das ist natürlich völlig egal und da ruckelt gar nichts also da kann es halt sein dass der player bei youtube mal ein bisschen ruckelt oder andere gründe da sind die dazu führen also dinge auf die ihr keinen einfluss habt also wenn hier der output bei euch stimmt dann seid ihr schon gut dabei ich hoffe also dass diejenigen unter euch die streamen damit die bestmögliche qualität rauskriegen können die ihr system zur verfügung stellt mit den konfigurationstipps die ich euch hier gegeben habe und dass damit auch hoffentlich ein einblick ein vernünftiger gegeben ist noch fragen beantwortet sind die vielleicht in den grundlegenden tutorials die überall im umlauf sind nicht beantwortet werden und in kombination mit dem blog artikel auf meiner webseite wie gesagt ist unten in der beschreibung verlinkt habt ihr dann nochmal hilfestellung bei diversen problemfeldern die sich negativ auf die performance eures streams auswirken und auswirken können und sollte damit auf einen guten weg kommen und bessere streams als disco lando machen können allemal ja den kleinen seitenhieb konnte ich mir natürlich bei einem einstündigen video zum thema streaming nicht verkneifen völlig klar und da bleibt nur noch eins zu sagen als ergänzende information lasst den glaubenskrieg zwischen den plattformen aus es gibt ganz klare fürs und widers gegen twitch und youtube beide plattformen haben ihre vor und nachteile man muss aber ganz klar sagen aus rein technischer sicht bietet youtube auch kleineren streamern die deutlich besseren möglichkeiten und ist qualitativ einfach besser das kann man drehen und wenden wie man will die erlauben einfach mehr und verarbeiten es auch effizienter die haben natürlich als video plattform auch schon über ewige zeiten viele daten gesammelt und optimiert und da kann twitch nicht ganz mithalten andererseits habt ihr bei twitch wenn ihr euch auf streaming und nicht auf youtube videos machen konzentrieren wollt die bessere plattform weil da sich sehr viel mehr leute aufhalten aber da geht es halt auch hauptsächlich um kompetitives gameplay also das ist so der kern von twitch das heißt wenn ihr andere dinge machen wollt ist vielleicht tatsächlich youtube die bessere plattform und man muss dazu sagen youtube gaming oder youtube an sich ist jetzt noch nicht so verbreitet was das thema live streaming angeht kann natürlich von einer von einer bekanntheit nicht mit twitch mitteilten was die live stream geschichten dann geht auch nicht bei einer beliebtheit werdet also nicht so viele zum schauer bei youtube haben zu beginn aber und das ist der eigentliche punkt da treiben sich dann auch nicht so viele streamer wie bei twitch und dann habt ihr insbesondere bei spielen wie star citizen die nur noch mal in der entwicklung sind auch mehr aufmerksamkeit das heißt wenn ihr dann mal zum beispiel 100 zuschauer habt in einem stream zu star citizen und sonst noch zwei andere streamer bei denen jeder nur ein zuschauer hat dann habt ihr natürlich nicht nur die aufmerksamkeit von den leuten die generell nach star citizen gucken sondern youtube sagt dann auch okay alles klar das ist jetzt der einzige der mit dieser anzahl an usern da unterwegs ist den stelle ich mal ein bisschen weiter vorne in die empfehlungen und plötzlich habt ihr leute die noch nichts von euch gehört haben also wenn ihr auf reichweite ausseht ist youtube zwar insgesamt wenn es um streaming geht noch nicht so weit wie twitch aber hat auch seine vorteile dadurch dass es eben noch nicht so überlaufen ist mit streamern also das müsst ihr natürlich für euch entscheiden aber das nur als hinweis und wer sagt ich will mich gar nicht entscheiden es gibt doch super lösungen wie joycast oder restream.io dann ist es auch so aber das dürft ihr nicht vergessen ihr habt dann eine zusätzliches ihr habt dann ein zusätzliches problem fällt es ist zum beispiel so ich habe festgestellt dass wenn ich mit über dreieinhalb tausend kabel zu restream.io streame die das dann wiederum an twitch und youtube senden dann klappt das in aller regel kann aber manchmal zu lex führen obwohl ihr selber die lex nicht habt kann auch mal zu einem verbindungsabbruch führen aber eigentlich ist das sehr zuverlässig also man muss sagen ich streame.io hat schon verdammt guten service zumal der kostenfrei ist wenn jetzt so twitch und youtube parallel streamen wollt und da ist es aber auch so wenn ihr dann höhere bildqualität wollt und zum beispiel mit zehntausend kabel streamen wollt könnt ihr vergessen da kommen die nicht hinterher da reicht deren service nicht für aus habe ich auch ausprobiert hatte ich nur probleme mit funktioniert einfach nicht gut also zumindest nach meinen erfahrungen also wenn ihr auf sehr hohe bildqualität aus seid dann müsst ihr entweder eine mega fette leitung haben und dann mit einem zusätzlichen rechner am besten auf zwei plattform streamen oder aber ihr ja beschränkt euch auf eine und entscheidet euch für eine und bleibt dann auch dabei weil sonst habt ihr aufgespaltene communities und so weiter und das ist natürlich unschön ja das war es jetzt aber auch wirklich tatsächlich hoffe ich auch trotz der länge und des umfangs und der komplexität nützt es und interessiert den einen oder anderen den großteil meiner abonnenten jetzt natürlich nicht interessieren weil es eher zuschauer als macher sind als produzenten sind aber ja hin und wieder mache ich auch videos mit technischen background und zusatz infos und ich denke damit habe ich dieses thema jetzt auch vollumfänglich erschlagen und wie gesagt in kombination mit dem blog artikel Habt ihr hier eine vernünftige grundlage Vielen dank fürs zuhören ich freue mich auf euer feedback wenn ihr ergänzende tipps aus euren eigenen erfahrungen habt oder vielleicht auch mit anderen plattformen ich habe hier natürlich vorrangig mit obs unter windows 10 gearbeitet dann freue ich mich auf ergänzungen im kommentarbereich wenn ihr fragen habt gerne auch in den kommentarbereich schreiben ich werde sie beantworten außer natürlich es sind so banale fragen die euch selbst innerhalb von fünf minuten mit hilfe von google oder youtube suche beantworten könnt Dann heißt es let me google this for you so zu sagen da kriegt keine antwort Also in diesem sinne viel spaß kenners happy streaming und bleibt sauber